Freunde, eigentlich hat es bis gerade eben noch geregnet. Eigentlich wollte ich genau deswegen aus dem Kofferraum mal eine Episode machen, weil ich dachte, es wäre irgendwie an der Zeit. Denn das ganze letzte Jahr über war mein Leben ein relatives Chaos und ich habe gemerkt, dass die Diskrepanz an Informationen zwischen den Leuten, die meine Streams gucken und den Leuten, die meine Videos gucken, extrem hoch ist. Deswegen gibt es heute mal ein Aufklärungsvideo, was ich so das letzte Jahr über getrieben habe und die besten Highlights, was ich eigentlich so gemacht habe. Und natürlich gibt es wie immer auch eine Botschaft für euch und deswegen bleibt unbedingt dran. Dass ich das ganze letzte Jahr über in einer Sprachschule war und Japanisch gelernt habe, das haben wahrscheinlich die meisten mitbekommen. Und dass ich da Ferien hatte und letztes Jahr im Oktober meine Mutter nach Japan gekommen ist, das haben wahrscheinlich auch einige mitbekommen. Das war ein Riesenspaß und ich habe natürlich mit meiner Mutter all das gemacht, was ich hier die letzten, ja, dreieinhalb Jahre über gemacht habe und habe das gebündelt, mehr oder weniger als Erfahrung meiner Mutter gegeben und habe mit ihr so viele Sachen gemacht, dass sie echt danach das Gefühl hatte, sie braucht von diesem Urlaub erst mal Urlaub. Wie gesagt, war das Ganze im Oktober und da war auch das Jidain Matsuri in Kyoto. Ein richtig geiles Festival, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, aber viele Leute und auch schon, ja, noch extrem heiß gewesen, muss man sagen. Die Zeit bis Neujahr ging dann eigentlich ziemlich schnell vorbei. Ich bin die ganze Zeit in die Schule gegangen, habe da immer mal wieder so kleine Problemchen gehabt, aber auch kleine Erfolge. Habe Halloween in Osaka verbracht, habe ganz viel Zeit mit Lilis Familie verbracht im Grunde und die Zeit tröpfelte so dahin. Highlights waren auf jeden Fall, dass ich YouTube-Fans getroffen habe und dass ich natürlich mal wieder das japanische Neujahr mit Lilis Familie verbracht habe. Man sieht es nicht so richtig, aber ich habe natürlich hier, Freunde, meinen eigenen geilen Merch an, ne? Ist doch klar. Zu diesem Zeitpunkt war offiziell eigentlich klar, dass mein Visum im Juni, also Ende Juni 2023 ablaufen wird. Ich war also sozusagen Ende 2022 immer noch guter Dinge, dass ich ein halbes Jahr Zeit habe und habe extrem viel Zeit, wie gesagt, mit Lilis Familie verbracht, habe da ganz viel geholfen. Wir sind öfter auch hierher gekommen, aufs Land, wo ich ja inzwischen wohne, aber da komme ich später noch zu. Und ja, habe auch hier ganz viel geholfen, Holz zu hacken und was der Vater von Lili alles noch so benötigte und was natürlich auch der Onkel von Lili, der ja hier so ein bisschen Schirmherr ist, ja, alles so an Arbeiten benötigte. Da habe ich auch ein bisschen ausgeholfen über die Zeit. Mit euch habe ich natürlich in der ganzen Zeit auch einen Haufen Spaß gehabt, denn es sind natürlich wöchentliche Episoden auf dem Kanal gelandet und wir haben natürlich am Wochenende auch, immer wenn es ging, extrem viel gestreamt. Irgendwie kam es dann dazu, dass eine Entzündung, die ich schon sehr lange im Gesicht hatte, im Grunde, ja, man könnte sagen fast mehrere Jahre, sich oder beziehungsweise der Meinung war, komplett zu eskalieren und sich über mein ganzes Gesicht ausgebreitet hat. Ich musste dann ein paar Mal ins Krankenhaus. Das war auf jeden Fall auch mal eine Erfahrung, dass ich mehrfach in Kyoto ins Krankenhaus musste. Das kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr mal in Japan seid ins Krankenhaus müsst und ihr seid in Kyoto. Habt keine Angst, dass ein riesiges Krankenhaus wunderbar durchorganisiert. In dem Sinne auch eine gute Sache gewesen, dass ich das mal kennenlernen konnte. Ich hätte natürlich auch darauf verzichten können, aber wie ihr seht, hat sich das Ganze extrem gebessert und ich bin super froh. Einige von euch erinnern sich vielleicht noch, wie schlimm das teilweise war. Das hat echt an meiner Psyche genagt damals. Klar war, dass die Schule am 15. März enden sollte. 15. März 2023 und dass ich eigentlich auch in Kyoto wohnen bleiben würde. Doch es bahnte sich so langsam eine kleine Problematik an mit dem Vermieter, den ich in Kyoto hatte. Denn der fing an, die Rente, äh die Rente, ja im Englischen sagt man Rent, im Deutschen sagt man Miete, die Miete immer weiter zu erhöhen. Und ja, da war einfach auch schon ein bisschen Spannung zu spüren. Als es dann Februar wurde, kam der Vermieter auf einmal die Idee, die Miete ins Unermessliche steigen zu lassen. Ich hatte da eine kleine Auseinandersetzung mit ihm, weil ich zu ihm meinte, hey pass mal auf, er hat es mir eigentlich versprochen, dass ich ja bis, sagen wir mal, Visumsende irgendwie bei dir wohnen darf, dass die Miete sich zwar erhöht, aber nicht so immens. Es ging da damals um fast 2000 Euro im Monat. Der Mann roch also sozusagen den ankommenden Tourismus und war der Meinung, er müsste die Miete so weit erhöhen, dass ich dann gesagt habe, hey das geht nicht. Ich hatte ihn dann gefragt, ob er so kulant ist und mich bis 15. März in der Wohnung lässt, denn er wollte eigentlich ab 1. März die Miete erhöhen. Aber auch zu dieser Einigung kam es nie. Von jetzt auf gleich, mehr oder weniger muss man wirklich sagen, stand ich vor der schwierigen Entscheidung, wie es weitergeht. Denn ich hatte ja noch ein bisschen Zeit mit dem Visum, aber auf einmal hatte ich keine Wohnung mehr. Und das ist gar nicht so einfach und was günstiges zu finden. Ich hatte damals ungefähr, ja, 700, 800 Euro für die Wohnung bezahlt, was schon sehr viel war, was ich eigentlich mir auch nicht leisten konnte. Aber ihr wisst, wie es ist, wenn man einmal irgendwo ist, dann bleibt man am besten auch da. Und alles, was ich alternativ gesucht hatte, hätte auch keinen Sinn ergeben. Es war mindestens genauso teuer. Oder es gab andere Probleme. Dadurch, dass ich ja schon eine Weile hier Lillys Familie ausgeholfen habe, kam dann nach und nach so ein bisschen das Gespräch auf, wo es mit mir eigentlich weiter hingeht. Also innerhalb der Familie von Lillico. Und ich hatte dann irgendwann mal nachgefragt, ob es eventuell nicht möglich wäre, dass ich vielleicht hierhin ziehe. Gegen natürlich Miete und auch der oder dem Versprechen, Lillys Oma ab und zu auszuhelfen. Denn die wohnt ja auch hier auf dem Grundstück. Das Ganze kam ziemlich gut an bei der Familie und so hatten sie mir einfach angeboten, dass ich hierher ziehen kann. Und das habe ich dann auch gemacht. Und zwar am 1. März bin ich hierher gezogen. Hier, wo ich gerade im Auto sitze, nach Shiga. Das war dann ein bisschen tricky, weil ich natürlich noch 15 Tage Schule hatte und da so ein bisschen hin und her pendeln musste. Aber ich wollte auch unbedingt das Zertifikat bekommen, was die Schule ausstellt. Und deswegen musste ich auch noch in die Schule gehen und habe das Ganze auch abgeschlossen und habe dann auch am Ende mein Zertifikat bekommen. Hier sind auf dem Land immer Schwalben und die suchen sich in so alten, ja man könnte sagen Farmhäusern wie diesen hier, ganz gerne Nistplätze. Und wir haben hier auf der linken Seite in diesem Farmhaus, wo ich gerade bin, wo das Auto drunter steht, haben wir einen Nistplatz von Schwalben und die fliegen ja ab und zu rein und raus und wundern sich, was wir hier treiben. Ja, ich war also ziemlich guter Dinge, dass ich jetzt einen neuen Wohnraum gefunden habe und im Grunde bis Ende Juni noch in Japan bleiben konnte. Und dann kam wie immer das nächste Problem. Man kennt es, Freunde. Die Sprachschule meinte dann zu mir von jetzt auf gleich, das war wirklich von einer Woche auf die nächste. Hey, übrigens, du darfst nicht in Japan bleiben. Eigentlich war jetzt alles perfekt, es war alles durchgesprochen, mit Lillys Familie organisiert. Natürlich habe ich auch, sagen wir mal, vertragliche Verpflichtungen gemacht, mit z.B. dem Internetanbieter, den ich hier habe. Es war alles abgesprochen, alles in Sack und Tüten. Und dann kommt auch von, wirklich von einem Tag auf den anderen, kommt die Sprachschule um die Ecke und sagt mir übrigens, du musst in einer Woche, waren es glaube ich damals, oder zwei Wochen, musst du Japan verlassen. Ich war damals richtig, richtig sauer und bin direkt ins Büro der Schule gegangen und habe denen gesagt, dass es so nicht läuft, dass mir von dem Nyokoku Kandykyoku, also von der Immigrationsbehörde hier in Japan, versichert wurde, dass ich bis Ende Juni in Japan bleiben dürfte. Die Sprachschule meinte dann nein. Mit Tokio, also der Immigrationsbehörde in Tokio, sei es so abgesprochen, dass die Schüler innerhalb von zwei Wochen das Land verlassen müssen, wenn sie ihre Sotsugyo machen, also ihren Schulabschluss. Ich habe mich dagegen extrem gewehrt. Ich war auch sehr emotional und wusste auch eine Zeit lang nicht, was ich tun soll. Es war eine sehr verwirrende Zeit, in der ich dieses richtig krasse Video gemacht habe von meinem Visum. Ich war in der Zeit sehr kraftlos und ja, man könnte fast schon sagen, depressiv. Das Ganze nagt natürlich immer unheimlich an einem. Ihr könnt euch das vorstellen. Wenn man nie irgendwie weiß, wie es nächste Woche weitergeht, hast du irgendwann auch nicht mehr die Energie, so richtige Entscheidungen zu treffen. Natürlich ist das eine Luxussituation, die ich mir irgendwo so ausgesucht habe, aber auch dieses Thema hatten wir hunderttausend Mal auf dem Kanal. Irgendwie ist diese Situation, in der ich anfangs als Reisender gekommen bin, ja ein Leben geworden. Ich lebe seit dreieinhalb Jahren hier in Japan und habe so viel dafür getan, dass ich auch hierbleiben konnte, dass das Ganze nicht mehr wirklich eine Luxussituation ist, sondern eigentlich ein ganz normales Leben, für was ich unglaublich viel investiert habe, über die letzten, man könnte sagen, sechs, sieben Jahre meines Lebens. Dementsprechend tut mir das natürlich immer persönlich sehr weh, wenn mir Leute das aus dem Nichts, sage ich mal, einfach absprechen wollen, so wie zum Beispiel die Schule das getan hat. Dementsprechend gab es von mir eine Kampfansage und ich habe gesagt, bevor ich hier nicht richtig recherchiert habe, werde ich dieses Land ganz sicher nicht verlassen, nur weil ihr sagt, dass ich gehen muss. Das war auch die richtige Entscheidung, denn nach mehreren Telefonaten, auch mit dem Immigrationsbüro in Tokio, stellte sich heraus, dass es okay ist, dass ich bleibe und dass es absolut in Ordnung ist, bis Ende Juni in Japan zu bleiben. Somit war die Situation dann relativ schnell geklärt, nach so zwei Wochen übelsten Depressionen und ich konnte mein Leben hier weiter fortsetzen. Ein kleines Zwischenhighlight war auf jeden Fall, dass ich mit Liliko nach Tsuruga gefahren bin. Das kann ich euch auf jeden Fall mal empfehlen. Das ist im Norden von Kansai wirklich eine ganz, ganz schöne Gegend und war wirklich ein schöner Ausflug gewesen, ein Wochenendtrip. Und das nächste Highlight war dann wirklich, dass ich hier, kurz nachdem ich hierher gezogen bin, die Chance hatte, hier bei einem Dorffestival bei einem Mikoshi-Umzug dabei zu sein. Das sind diese Dinger, die bei Festivals auf der Schulter getragen werden, diese tragbaren Schreine. Und das war natürlich eine ganz krasse Sache, weil ich damit hier so richtig in die Community involviert wurde. Auch hier verging die Zeit dann bis jetzt wieder ziemlich schnell und ich habe ganz viel im Farmleben gelebt, könnte man sagen. Ich habe viel Holz gehackt, viel im Garten geholfen. Lilis Oma braucht natürlich viel Hilfe im Garten. Da helfe ich immer wieder aus. Ich habe extrem viel Content produziert für euch, der auch noch in der Zukunft genutzt werden wird von mir. Also da habe ich auch in die Zukunft gedacht und viel produziert. Ich hatte die Gelegenheit, ein PR-Video zu drehen für eine Blueberry-Farm, also für eine Blaubeer-Farm. Ich habe Lilikos Vater über das letzte Jahr extrem viel ausgeholfen. Viele von euch wissen ja, dass ich in Kyoto immer mal wieder auf den Hauptstraßen zum Beispiel Weihnachtszeit die Dekorationen angebracht habe. Da wurde ich durch Lilis Vater, sagen wir mal, introduced, involviert in dieser Arbeit. Ja, so verflog die Zeit hier auch wieder ziemlich schnell bis jetzt sozusagen. Ich war dann noch beim Kumpel in Takahama, der mich in ein sehr interessantes Leben involviert hat, was er jetzt neu dort angefangen hat. Der arbeitet nämlich in Takahama fürs Touristenbüro und da hatte ich die einmalige Chance, ein PR-Video zu drehen für dieses Touristenbüro in Takahama. Das war eine echt geile Sache. Die benutzen meine Videos und Fotos auch nach wie vor für ihren Instagram-Account. Da habe ich mich riesig drüber gefreut. Für mich ist es natürlich für meinen Lebenslauf eine unglaublich gute Sache, wenn ich so eine Sachen machen kann. Da hatte ich eine fantastische Zeit und ja, da irgendwann auch dieses Ende von Japan nahte, gab es ja noch diese zwei großen Projekte. Ein Projekt war Yakushima und ein Projekt war Ishigaki. Beide Projekte waren von euch finanziert worden. Viele meiner Zuschauer haben dafür gespendet. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank dafür. Das war eine unglaubliche Aktion, eine unglaubliche Herzensaktion von euch, in der ihr dort viel Geld gespendet habt, was es mir möglich gemacht hat, mir einen Traum zu erfüllen und nach Yakushima zu gehen. Dort habe ich für euch eine ganz kranke Dokumentation gefilmt, die auch vielen Leuten gefallen hat. Schaut euch gerne mal auf den Kanal um. Ich weiß nicht, ob ich hier in dem Video einiges verlinke. Natürlich könnt ihr auch nach wie vor in meiner Google-Bilder-Galerie reingucken. Ich habe da so einen Google-Ordner, da könnt ihr Bilder von mir erwerben als Support. Solltet ihr generell Interesse zum Beispiel an Fotos aus der Zeit haben oder von den Ausflügen, die ich gemacht habe, dann könnt ihr mich auch jederzeit persönlich anschreiben per E-Mail oder bei Instagram. Da kann ich euch natürlich auch Bilder zukommen lassen, wenn ihr das möchtet. Die Zeit auf Yakushima war insbesondere, ja, für mich was ganz krasses. Also nicht nur, weil es ein Lebenstraum war, den ich mir erfüllt habe. Die Zeit war einfach sehr intensiv und jetzt auch die letzte Woche, die ich in Ishigaki war mit Liliko, war recht schön. Das war ja mehr oder weniger auch eine Abschlussreise für mich und Liliko, falls ich dann wirklich Japan verlassen muss. Das war einfach echt eine super Sache. Da kommen auch noch ganz viele Episoden beziehungsweise Content auf dem Kanal und natürlich auch Fotos. Ja, insgesamt einfach wirklich Hammererlebnisse. Ich habe so viel erlebt in sechs, sieben Monaten im Grunde, dass es schon wieder auf keine Kuhhaut geht und ich mich manchmal richtig fast schon wirbelig oder sagen wir mal irgendwie dieselig fühle, ja. Die Situation jetzt gerade ist so, dass mein Visum offiziell eigentlich vorbei ist und ich eine Beantragung gemacht habe, beim Immigrationsbüro mein Visum zu wechseln und zwar vom Studentenvisum auf ein Touristenvisum. Die restliche Zeit will ich für eine Botschaft nutzen und zwar die Botschaft, dass nicht immer alles Gold ist, was glänzt. Vieles von dem, was ihr in Episoden verpackt, seht, sieht immer aus wie so ein Happy Moment, als ob alles immer gut ist. Natürlich bin ich jemand, der sehr ehrlich mit seinen Emotionen umgeht und euch auch immer gerade in den Livestreams erzählt, wenn irgendwas nicht so passt und auch in der einen oder anderen Episode über die Nachteile so eines Abenteuers, was ich hier lebe, rede. Glaubt nicht auch das, was ihr bei anderen seht, dass das oft immer so einfach ist. Da steckt teilweise viel, viel Arbeit drin und vielleicht auch viele, viele Jahre Vorbereitung und auch Nachbereitung. Ich bin auf dieser Reise oder in diesem Leben, was ich in Japan lebe, also 10.000 Mal hingefallen und 10.000 Mal wieder aufgestanden. Eines ist es ganz bestimmt nicht und zwar einfach, aber es ist eines ganz besonders und zwar möglich. Denn ich glaube, ich ganz speziell habe in den letzten dreieinhalb Jahren gezeigt, dass jemand mit so einem zerrissenen Lebenslauf wie ich auch in Japan seinen Fuß in die Tür stellen kann und auch für eine gewisse Zeit in Japan ein Leben leben kann. Ob das nun für jedermann geeignet ist oder nicht, das müsst ihr selber entscheiden. Aber es ist möglich. Denkt immer daran, wo Licht ist, es auch Schatten und andersrum. Versucht, dein Buch niemals nach dem Umschlag zu beurteilen und glaubt nicht, nur weil alles so einfach aussieht, dass es das ist. Nichtsdestotrotz will ich, dass ihr unbedingt an euren Träumen arbeitet. Denn ich weiß, dass es viele da draußen gibt, die sich vielleicht wünschen, irgendwo anders zu leben oder irgendwo anders hinzugehen oder vielleicht sogar nach Japan zu kommen. Und ich glaube, dass eine meiner Sachen, die ich wirklich auf dem Kanal vermitteln will, ist, dass das möglich ist. Auch wenn es extrem schwierig ist, gerade für Leute wie mich, die ja echt keine Qualitäten vorzuweisen haben, um in Japan Visa zu bekommen, habe ich wirklich gezeigt, dass ich jede Möglichkeit genutzt habe, in die Schlupflöcher zu schlüpfen und euch diese Schlupflöcher auch aufgezeigt habe. Freunde, ich will unbedingt nochmal Danke sagen für die ganze intensive und verrückte Zeit, die ich auch mit euch verbringen dürfte. Für den ganzen Support, den ihr mir zukommen lasst und dass ihr dieses Abenteuer auch finanziell möglich gemacht habt. Denn dieses Abenteuer ist inzwischen mein Leben und dafür bin ich extrem dankbar. Und jetzt haut ab und jagt euren Träumen nach. Macht's gut. Ciao.